Hallo liebe Freunde der Sonne, es ist schon lange her, seit ihr mich das letzte Mal gehört habt, denn wie soll ich das erklären, ich hab ein bisschen viel zu tun gerade ich bin an vielen, vielen anderen Projekten, die außerhalb von YouTube laufen noch wer weiß, wie sich das weiterentwickelt ich will eigentlich nur kurz anschneiden, dass ich noch lebe auch wenn mein letztes Video schon fast einen Monat her ist und dass ich zurzeit nicht zum Aufnehmen komme, beziehungsweise zum Aufnehmen ja, zum Rendern und zum Hochladen, nein nein, das kann ich nicht über die Nacht machen, denn ich in der Nacht auch noch arbeite mit dem Laptop und da ist Rendern nicht mehr so der Renner und wenn ich zuerst hochlade, ohne dass ich rendere, werde ich jetzt in genau der Situation enden, in der ich jetzt bin deswegen ist alles ein bisschen komisch äh, aber das soll euch nicht ähm, nicht traurig stimmen, denn es geht bald wieder weiter weil ich hab, ähm, wunderbare ja, Nachrichten so gesehen ähm, Fire Emblem und Zelda gehen irgendwann weiter ja, das sag ich schon seit Jahren aber, das ist wirklich so, irgendwann gehen sie weiter so wie die Technologie nicht mehr streikt ähm, was heißt Technologie, ich hab einfach mit ähm, der V-Fernbedienung zurzeit unglaubliche Probleme und mit dem Nunchuck also eher mit dem Nunchuck als mit der V-Fernbedienung und, äh, wie eben wisst ihr Bescheid, ne? ähm, deswegen, ich hab auch zurzeit gar keinen Bock auf diese Kacke ähm, weil ich gerade mehr an, äh, den anderen Konsolen beschäftigt bin, die hier noch stehen habe ähm, ich möchte erst mal danken, dass es inzwischen 232 von euch gibt 232 Verrückte, die mich unterstützen ähm, Dankeschön dafür ähm, ich hätte niemals gedacht, dass das Hobby so weit geht und dass es eventuell noch weiter geht wer weiß, wer weiß, wer weiß ähm, ja, dann möchte ich Miri danken für dieses wunderschöne Kanalbanner, das ihr jetzt wahrscheinlich in kleinem Format sehen werdet ähm, aber da möchte ich auch noch, ähm, dem guten alten, äh, LPDUX gratulieren zu inzwischen 40 Abonnenten und zu seinem zu seinen ersten Grabber-Erfahrungen sieht gut aus, sieht gut aus ähm, mal nur weiter so lass dich nicht so schleifen wie ich ähm, ja, wie gesagt ich hab zurzeit ein bisschen was zu tun ähm, ich werde jetzt neue Projekte starten ähm, darunter Mario Kart 8 Online und, ähm ähm, Castlevania Lords of Shadow das ja durch dieses wunderschöne Kanalbanner von Miri jetzt angekündigt wurde und zwar die komplette Trilogie jaja, ich weiß, ich bin verrückt und, ähm, dann kommen noch ganz, ganz viele andere Spiele auf die ihr euch freuen könnt vorher ist kein Fire Emblem kein Skyward Sword bitte versteht das das kommt erst wieder, wenn ich Lust drauf habe weil zurzeit ist mir die Lust einfach an diesen beiden Spielen so sehr vergangen seit Skyward Sword bei einmal die Aufnahme verkackt hat ist es einfach durch bei mir, ähm ja, Fire Emblem ist zurzeit so mhm, das zieht sich jetzt da noch so ein bisschen ähm, da muss ich halt wirklich Lust drauf haben und, ähm, ja gut, das wär's dann aber auch schon von meiner Seite aus ihr werdet demnächst viel, viel sehen viele Let's Shows, Let's Tests keine Ahnung viel, viel Retrograms kommt wieder ich bin dran, wirklich ähm, und, ähm ja ich würd sagen vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für euer Verständnis und bis bald euer Gobi Todic wünscht euch wunderschöne Tage ähm vielleicht seid ihr auch in Urlaub gefahren jetzt wo überall Ferien sind außer für mich äh nein kein Mitleid nee, ähm ich hoffe, ihr seid dann ich hoffe, ihr schaltet dann bald wieder ein wenn's heißt ficken, ficken, ficken bis dahin vielen Dank fürs Zusehen und Tüdelü